So, hier haben wir noch einen der Senioren. Das ist der Tobi. Der ist ungefähr neun Jahre alt. Ist wahrscheinlich ein Schäferhund-Mix. Fühlt sich gerade pudelwohl, draußen mal alleine zu sein. Muss natürlich erstmal alles erkunden. Ist auch ein ganz freundlicher Hund. Sehr schmusebedürftig auch. Und lässt es sich gerade richtig gut gehen. ... ... Ja, ja, ja.